Stell dir vor, du wächst in Erzhausen auf. Seitdem du denken kannst, spielst du Tennis. Dass du außergewöhnlich talentiert bist im Basketball, erkennst du in einer Grundschul-AG. Nach dieser Erkenntnis wechselst du zum ersten Mal in einen Verein, SG Weiterstadt. Nach der SG Weiterstadt wechselst du zum BC Darmstadt. Dein Talent wird auch von anderen erkannt. 2016 wechselst du in den Nachwuchs der Skyliners Frankfurt. Deine Schulausbildung absolvierst du auf der Eliteschule des Sports. In der Saison 2017-2018 wirst du als bester Spieler der Jugendbasketball-Bundesliga ausgezeichnet. In derselben Saison gibst du deinen Einstand in der zweiten Mannschaft. Im Dezember 2019 wirst du zum ersten Mal in der Bundesliga eingesetzt. Heute spielst du bei Hamburg Towers. Dann bist du Len Schaumann.